Schau mal, was ich hier in meiner Hand habe. Kannst du erraten, was das ist? Nun, dies ist ein Bleistiftanspitzer. Er ist sehr alt. Ich glaube, er kommt noch aus der DDR. Ich mache den Bleistift rein und drehe hier. Vielleicht muss ich ein bisschen drücken, aber man hört es schon. Man hört, wie der Bleistift angespitzt wird. Schau mal nach. Oh ja. So spitz ist der Bleistift. 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 So spitz ist der Bleistift.